Ich erkläre die Relativitätstheorie jetzt am Beispiel vom Schall. Also wir gehen vom Schall zum Licht. Und ich stelle mir vor, ich hätte hier einen Lastwagen, der sehr schnell fahren kann. Mit V gleich 300 Meter pro Sekunde, also ungefähr 1080 Kilometer pro Stunde. Und da oben stehen drei Leute, also A, B, C. Klingt unrealistisch, ist ein Gedankenmodell. Und genau mit solchen Gedankenmodellen hat Einstein sich rangemacht an die Relativitätstheorie. Wichtig ist, der Schall hat eine Geschwindigkeit von C gleich ungefähr 340 Meter pro Sekunde. Also der Laster bewegt sich jetzt mit fast Schallgeschwindigkeit, nahezu Schallgeschwindigkeit. Und jetzt haben wir hier drei Leute und die wollen sich unterhalten. Der A möchte dem B was sagen, B möchte A was sagen, A, C, die wollen reden miteinander. Und dann ist logisch, dass natürlich dieser Schall wird fortgerissen durch den Wind. Und die Gespräche von A nach C geht es leicht, weil es ist ja mit dem Wind und von C nach A ist gegen den Wind. Der rote Mensch, dieser B-Mensch, müsste eigentlich in diese Richtung nach vorne reden, damit er eine Chance hatte, dass dieser A-Mensch was hört. So, klingt vielleicht unrealistisch, deswegen verändern wir das Konzept. Ich habe jetzt hier einen Lautsprecher. So, nehmen wir das. Ich habe hier einen Lautsprecher und ein Mikrofon und das ist einfach nur so ein Ziegel. Der soll dazu dienen, dass ich ein Echo bekomme. Das heißt, ich schicke ein Schallsignal zum Ziegelstein und der soll reflektiert werden und geht zum Mikrofon. Ein Schallsignal zu diesem Ziegelstein, soll zum Mikrofon und da unten sitzt eben hier drin mein Physiker. Und der Physiker sollte einen Unterschied feststellen, ob ich den mit der Fahrtrichtung oder quer zur Fahrtrichtung mein Schallsignal schicke. Wenn ich hier immer ein Meter habe, hier ist ein Meter und hier ist ein Meter, dann sollte ich für diese Zeit hin und zurück 0,02, hier 0,27 Sekunden brauchen und diese Zeit 0,029 Sekunden. Am Ende vom Video mache ich vielleicht die Rechnung auf. Das ist mir ein bisschen Pythagoras zurück. Ja, geht das. Also der Physiker sollte anhand der Zeit feststellen, ob das den Ziegelstein den einen, den Ziegelstein A oder den Ziegelstein B erwischt hat. So. Was wir jetzt machen, ist, wir stellen diese ganze Anordnung auf eine Platte. Und die Platte ist drehbar. Das heißt, hier oben ist der Techniker, ja, hier, und der dreht die Platte. So. Und ich habe meinen Ziegelstein A und meinen Ziegelstein B und dann müsste der Physiker hier unten anhand der verschiedenen Zeiten feststellen, wie war diese Platte gerade gedreht. Läuft der Schall also den schnellen Weg, ja, zwischen entlang oder läuft er den langsamen Weg? Das müsste eigentlich messbar sein. So, jetzt kommt Michelson ins Spiel. Michelson sagt, die Erde, wir befinden uns nicht auf dem Lastwagen, sondern auf der Erde. Die Erde bewegt sich um die Sonne mit einer großen Geschwindigkeit. Licht ist, zurück, so, Licht ist eine Welle. Das heißt, Licht sollte sich so verhalten wie der Schall. Also das, was auf dem Lastwagen messbar ist, ich habe verschiedene Zeiten für verschiedene Richtungen, das sollte jetzt auch hier messbar sein. Gut, also brauche ich ein Experiment. Ich brauche irgendwas Drehbares. Ich nehme Licht, das einmal, ja, so. Licht, das einmal in diese Richtung läuft und wieder zurück und Licht, das einmal in diese Richtung läuft und wieder zurück. Da brauche ich dann an der Stelle einfach einen Spiegel und hier noch einen Spiegel und hier brauche ich eine Lichtquelle. Ich mache mal, mal so eine Taschenlampe. Und dann drehe ich die Anordnung und dann müsste ich einen Effekt messen. Das ist das Interferometer. Das erkläre ich jetzt nicht, weil da gibt es extra Videos. Ich finde es nur total spannend, weil wir es auch für die Gravitationswellen brauchen. Also ein uraltes Experiment, das immer noch aktuell ist. Michelson macht das Experiment und misst nichts. Das wäre, wie wenn jetzt hier dieser Physiker da unten nichts misst. Wir fahren mit 300 kmh, mit 300 m pro Sekunde und da oben wird rumgedreht und eigentlich müsste sich eine Zeittifferenz messen lassen. Tut es aber nicht. Das war seltsam. Jetzt erkläre ich noch, für die, die es genau wissen wollen, wieso es da einen Zeitunterschied gibt. Gut, also ich habe jetzt hier meinen Lautsprecher und mein Mikrofon und meinen Ziegelstein. Ja, den habe ich hier und hier. Gut, und das Ganze, die ganze Situation bewegt sich ja hier mit 300 m pro Sekunde. Das heißt, der Schall bewegt sich in diese Richtung dann nur noch mit 40 m pro Sekunde und in diese Richtung mit 640 m pro Sekunde. Und dann kann ich mit V gleich S durch T, T gleich S durch V, also ein T1 ausrechnen. Das ist dann nur ein Vierzigstel Sekunde, hier Meter pro Sekunde durch Sekunde, genau. Und T2 gleich ein Sechshundertvierzigstel Sekunde. Die addiere ich und dann komme ich auf meine 0,027 Sekunden. Ja, für diese Bewegung. Genau, und die andere Bewegung ist komplizierter. Da brauche ich ein bisschen Platz. Die andere Bewegung ist eigentlich eine, also wenn ich das von außen anschaue, hier so vielleicht. Also wenn ich hier stehe und gucke mir diesen Laster an und die zwei reden und der Laster fährt vorbei, dann ist der Schall eigentlich, der macht so eine Zickzackbewegung. Ja, also wenn die einen Ball hin und her schmeißen würden, dann haben die das Gefühl, der Ball geht hin und her und hin und her. Und der Typ, der hier steht, hat das Gefühl, der Ball macht eine Zickzackbewegung. Also ich habe eine Zickzackbewegung, die ich irgendwie ausrechnen muss. Ich habe hier, so, der Schall läuft so, genau, und hier habe ich einen Meter. Und die Seite nenne ich A und die Seite nenne ich B und da habe ich einen rechten Winkel. Und A und B sind einfach nur Strecken. Und ich habe hier die V gleich 340 Meter pro Sekunde. Also in diese Richtung, das ist die Geschwindigkeit des Schalls. Und in diese Richtung habe ich V2 gleich 300 Meter pro Sekunde. Das ist ja der LKW. Genau. Und dann gibt es einen Pythagoras, 1 Quadrat plus B Quadrat gleich A Quadrat. Und außerdem gibt es V gleich S durch T. Also die Zeit, ich schaue mal nur die Zeit von hier nach hier an, die halbe Zeit, die ich dann möchte. Und dann habe ich also S gleich V mal T. Und der eine Weg ist ja A. Also A gleich 340 Meter pro Sekunde mal die Zeit T. Und B ist 300 Meter pro Sekunde mal die Zeit T. Und ich habe jetzt an der Stelle 1, 2, 3 Gleichungen mit 1, 2, 3 Unbekannten. Und das lässt sich lösen. Ich weiß nicht, ob es hübscher geht, schöner geht, eleganter geht. Aber so geht es und es lässt sich lösen. Und dann kommt für die Zeit T. Also 2 mal T ist dann diese 0,029 Sekunden.